ein ehemaliger schüler von mir vom coaching hatte mir mal die frage gestellt eric wenn du auf einer einsamen insel verschollen wäre es ein paar jahre lang und irgendwann in die zivilisation zurückkehren würdest was wäre der allererste börsen chart den du dir anschauen würdest und ich kann damals diese frage nicht beantworten ich habe ihm dann auch die coaching stunden nicht in rechnung gestellt aber heute könnte ich diese frage beantworten es gibt tatsächlich ein chart den man sich anschauen sollte und den werden jungs im rahmen dieses videos angucken und damit zu guten morgen guten morgen thomas gut morgen erich da bin ich schon sehr gespannt was und bevor wir starten lesen sie bitte den disclaimer den finden sie unten in der video beschreibung alles was wir erzählen ist keine anlageberatung und keine aufforderung die wertpapiere zu handeln wenn sie es dort tun dann machen sie es auf eigenes risiko und auf eigene verantwortung und thomas wir dürfen es auch nicht vergessen wir begrüßen heute unsere 117 mitglieder der trethelden akademie schön dass sie dabei sind genau bevor wir starten thomas du hast wieder für uns die termine der kommenden woche vorbereitet worauf können wir uns freuen ganz genau ich beschränke mich diesmal auf die termine und die wirtschaftsdaten wir haben wieder ein paar earnings die größten earnings sind am mittwoch nachbörslich walt disney und am donnerstag nachbörslich paypal also und unter anderem die größten und dann haben wir ein paar ein paar kandidaten die halt sehr sehr gerne getradet werden wie pinterest wir haben ein phase wir haben a firm apps robin hood uber und einige andere mehr also von der die großen sind die großen sind ja vorbei also die die größen wie apple amazon und 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 alphabet die haben wir ja letzte woche donnerstag schon gehabt die sind vorbei aber es warten nach wie vor sehr sehr interessante earnings auf uns das mal dazu und das zweite schauen wir uns wieder die wirtschaftsdaten der kommenden woche an da könnte am dienstag fettchef jerome paul ja seine seine rede vom vom vergangenen was war es glaube ich mittwoch oder donnerstag war es wo er die zinsen erhöht hat um 25 basispunkte und ich glaube mit seiner rede etwas anderes bewirken wollte als der markt gemacht hat da könnte er eventuell nachschärfen am dienstag man muss sich überraschen lassen und dann spricht auch noch williams auch ein fmc member ein bekannter und last but not least haben wir dann am freitag noch mal einen university of michigan consumer sentiment index da bekommen wir die ergebnisse um auch zu sehen wie das consumer sentiment so ist im moment auch das wird noch eine sehr sehr interessante zahlen aber ansonsten ist von den wirtschaftsdaten her relativ ruhig diese woche nachdem wir letzte woche ja doch einiges am programm hatten vor allem die arbeitsmarktdaten am freitag waren extrem extrem stark und die kann man ja nach der rede von jerome paul die am mittwoch war und deswegen wir tatsächlich die reaktion und die rede am kommenden dienstag um 18 uhr umser zeit sehr sehr spannend sein mal gucken wir dann auf die arbeitsmarktdaten eventuell reagiert oder auch nicht das wird sehr sehr interessant sein so bevor ich zu dem besagten wichtigen chart komme wir werfen wie immer einen blick auf den erstmal den kassandra indikator weil der beinhaltet beinhaltet auch ein paar wichtige wichtige botschaften und zwar gehe ich erstmal auf den chart selbst sie sehen hier diese zwei linien die ich erst noch eingebettet habe die grüne linie ist der 50 einfache gleitende durchschnitt und die rote linie ist der 200 tages durchschnitt und sie sehen hier diese kreuzung beider durchschnitte das ist so ein golden cross wenn sie mein video vom letzten mittwoch gesehen habe da habe ich einen golden cross gezeigt auf dem rossel 2000 und ich hatte gesagt naja es kann ja jetzt sein dass auch im s&p 500 dieser golden cross entsteht das ist am donnerstag der fall gewesen normalerweise ist solch ein muster auch eher bullisch aber achtung es können auch fehl signale entstehen werden sehen ob sich dieses signal diesmal als bullisches signal tatsächlich herauskristallisiert oder nicht aber ich möchte das normal kurz gezeigt haben hier golden cross jetzt auch im s&p 500 wenn man sich den kassandra indikator anschaut da sieht man dass wir weiterhin überwiegend im grünen bereich sind allerdings wenn sie das aufmerksam verfolgen von einer woche zur anderen dann stellen sie fest dass sich hier und da mal die lage ein bisschen verschlechtert hat also in der marktbreite zum beispiel die anzahl der s&p 500 aktien die über dem 20 tages durchschnitt notieren ist leicht gefallen letzten tagen und hier und da gibt es noch ein paar rote pünktchen allgemein wie gesagt immer noch grün egal welche einstellung ich nehme ich habe hier wieder diese weiß neutrale zone eingebaut aber trotzdem sind wir im grünen bereich und achten sie darauf und das wird auch für die nachfolgenden charts auch wichtig sein hier diese kerze hier sieht aus wie ein invertierte hammer also für diejenigen die sich ein bisschen mit kerzen candlesticks auskennen das ist ein invertierter hammer halten sie das mal im hinterkopf für für die kommenden minuten so dann komme ich noch zu einem anderen indikator bevor ich zu dem chart komme die den ich zeigen möchte und zwar zu dem sogenannten vier and greed index sie kennen wahrscheinlich diese statistik von cnn.com das ist dieses bild hier und wir befinden uns momentan im bereich der extremen gier ja und vor einem monat waren wir noch im vier bereich also im angst bereich und sie sehen wie das bild sich massiv verändert hat innerhalb von einem monat ist natürlich im einklang mit der aufwärts bewegung der märkte und der indikator den sie hier unten sehen ist ein indikator in trading view auch ein vier and greed indikator also ein angst und gier indikator der ähnlich aufgebaut ist wie dieser vier and greed indikator von cnn mit ein paar nuancen aber sehr sehr ähnlich aufgebaut und da kann man sehr schön auch den verlauf über die zeit sehen zusammen mit dem s&p 500 hier oben und sie sehen dass wir uns gerade in einem sehr sehr hohen bereich befinden das heißt die risikoaffinität beziehungsweise die euphorie der markt teilnehmer ist schon sehr sehr stark präsent und wenn man hier mit der maus drauf geht sieht man dass wir dieses hohe niveau zuletzt im januar 2020 erreicht hatten also kurz bevor die märkte massiv kollabiert haben das bedeutet aber jetzt nicht dass wir eine korrektur erleben werden es kann auch sein genauso wie hier ende 2020 anfang 2021 dass wir schon eine gewisse euphorie an den märkten spüren und trotzdem können die märkte noch monatelang vielleicht sogar noch ein jahr lang sich aufwärts bewegen bevor es an eine korrektur gibt ja also das ist muss man immer mit vorsicht genießen solche indikaturen für mich sind solche indikaturen sowie kleine mosaik steinchen dieses bild mag ich ganz besonders hier wäre es ein rotes kleines mosaik steinchen was dann insgesamt wie ins gesamtbild eingefügt werden muss und dann muss man gucken okay wenn man sich die ganze mosaik anschaut ist es eher grün oder rot die farbe die dominiert wenn man sich den kassandra indikator gerade angeschaut hat sieht man dass montant die grüne farbe eher dominiert aber und jetzt kommt das große aber sie spüren es schon anhand des tons dass es vielleicht ein paar elemente gibt die man trotzdem als rote warnsignal ansehen könnte und jetzt kommen wir zu dem chart den sie unbedingt auf dem schirm haben sollten und zwar ist es der chart des euro zum us-dollars ich hätte auch den chart des us-dollars allein betrachten können zum beispiel den etf up oder den us-dollar index ich habe diesmal denn das verhältnis euro zum us-dollar und was sie hier sehen ist ein wochen chart und direkt darunter sehen sie ein indikator namens technische analyse den ich auch schon mehrmals hier gezeigt habe den finden sie auch kostenlos in trading view und dieser indikator hier unten fasst 26 subindikatoren zusammen oszillatoren und leitende durchschnitt und sie signalisiert die stärke des momentums sei es auf der bullischen oder auf der bärischen seite und man schon man kann es schon mit bloßem auge quasi erkennen wenn diese balken quasi in den positiven bereich rutschen entsteht in der regel ein aufwärtstrend im euro zum us-dollar das heißt der euro steigt der us-dollar fällt und andersrum wenn diese balken in den roten bereich also im minusbereich rutschen dann ist es eher so dass wir hier einen fallenden euro haben im vergleich zum us-dollar und seit ich sag mal seit dem also seit anfang november 2022 sind wir hier im positiven bereich gewesen und tatsächlich ist es so dass der euro zum us-dollar schön gestiegen ist jetzt ist aber so ich ich zoome mal auf diesen chart hinein dass wir vorletzte woche noch im positiven bereich waren diese indikator und jetzt sieht man keinen balken mehr das heißt wir sind genau bei null und jetzt ist es natürlich entscheidend zu wissen wie es weitergehen wird mit diesem verhältnis zwischen euro und us-dollar wenn sich der euro wieder stabilisiert kommende woche werden wir hier wieder einen balken im positiven bereich sehen ansonsten wenn der us-dollar an stärke gewinnt im vergleich zum euro werden wir hier den ersten roten balken sehen so und bei währungsbaren genauso wie bei rohstoffen ist es so dass manchmal wenn ein trend eingeschlagen wird dass dieser trend lange anhalten kann da sind man auch sehr sehr schön hier als der euro zum us-dollar gefallen ist aber auch in den letzten zehn elf wochen wenn als der euro quasi gestiegen ist also das ist der das allererste element was man hier berücksichtigen sollte das ist die chart technik und ich habe ihnen gesagt erinnern sie sich beim s&p 500 hatten wir einen invertierten hammer gesehen den sehen wir auch hier beim euro zum us-dollar ist interessant dass wir dieselbe candlestick formation erkennen sowohl im achsenmarkt als auch in diesem währungsbar die candlesticks haben zwar eine andere farbe in dem fall aber trotzdem invertierte hammer an dieser stelle so das ist punkt nummer eins die chart technik jetzt schauen wir uns noch mal ein anderes bild an und zwar die saisonalität das ist ein bild von sentiment trader hier diesmal bezogen auf den us-dollar selbst und wir sehen wir befinden uns hier bei dieser senkrechten linie und wir sehen dass bis zum handelstag nummer 60 das ist ungefähr so ende märz der us-dollar grundsätzlich von der saisonalität her einen starken rückenwind genießt ja also wir haben hier definitiv statistisch betrachtet normalerweise eine sehr sehr bullige phase für den us-dollar aber auch da saisonalität ist eher ein schwacher indikator ja es ist auch nur da ein kleines mosaik steinchen im bild was dazu also zur annahme führen könnte dass der euro eventuell weiterhin fallen könnte und dass der us-dollar wieder an stärke gewinnt sogar also wir haben chart technik wir haben saisonalität jetzt kommen wir zu dem nächsten punkt und zwar zu den sogenannten commitment auf traders also auch das habe ich jetzt in bezug auf gewisse rohstoffe in den letzten wochen gezeigt was man somit commitment of traders berichte machen kann in bezug auf währungen funktioniert es auch also bei den commitment of traders ist es so dass sie in der regel produzenten oder konsumenten eines rohstoffes haben die sich dann am markt absichern gegen gegen fallende oder gegen steigende kurse des jeweiligen rohstoffes dazu handeln sie futures und diese transaktionen werden protokolliert und auch öffentlich dargestellt man kann sie abrufen und tradingview hilft auch diese daten abzurufen bei währungspaaren ist es auch so also große finanzinstitutionen oder banken handeln auch diese futures und müssen auch diese futures protokollieren die kann man dann auch ablesen und es gibt mit diesen sogenannten commitment of traders unterschiedlichen daten die man abrufen kann und bewerten kann ich habe jetzt hier nur ein histogramm gezeigt und dieses histogramm zeit grundsätzlich die netto positionierung von diesen institutionen also von diesem klugen geld sozusagen diejenigen die am besten wissen wie es eigentlich mit diesen währungen weitergehen sollte in bezug auf das gesamte open interest das open interest beschreibt die offenen position am futures markt ja also netto positionierung der finanzinstitution der hedgers in bezug auf das gesamt open interest auf die gesamto offene position am futures markt lange rede kurzer sinn was bedeutet das wenn man sich dieses histogramm anschaut wenn dieser histogramm sehr hoch notiert oder relativ hoch notiert relativ hoch ist der bessere begriff dann ist es eher bullisch für der zugrunde liegende basiswert beziehungsweise hier in dem fall in bezug auf den euro zum us dollar wenn dieses histogramm eher negativ notiert und stark negativ notiert im vergleich zu historischen daten dann ist es eher bärisch zu interpretieren für den wert den man sich hier anschaut also wir sehen hier ein rotes histogramm im negativen bereich und wir befinden uns hier auf einem sehr sehr starken negativen niveau so negativ wie seit juni 2021 nicht mehr ja und sie sehen auch was dann im sommer 2021 passiert ist der euro hat seinen abwärtstrend im vergleich zum us dollar eingeschlagen als diese diese positionierung extrem negativ war wenn man sich die letzte positive darstellung des histogramms anschaut das war im september 2022 das war hier ungefähr davor war es wieder im märz 2020 sie sehen was dann passiert ist massive aufwärts bewegung im euro zum us dollar übrigens wir haben auch hier in diesem bereich in der trade hellen akademie ein eine position eröffnet die short us dollar war und im munkerschluss dann auch long euro war und wir haben gerade auch diese welle gerieten und das letzte mal wie gesagt war dann entsprechend anfang 2022 anfang 2020 märz 2020 das war ungefähr da und auch danach kam unmittelbar so ein paar wochen später eine starke aufwärts bewegung im euro wir befinden uns jetzt im negativen bereich und das ist für mich ein zeichen dass ihr auf jeden fall jetzt aufpassen sollte wenn sich diese invertierte hammer eventuell bestätigt das heißt wenn der us dollar jetzt wieder an stärke gewinnt im vergleich zum euro könnten wir hier eine abwärts bewegung beobachten das muss nicht sein ja es gibt keine garantie auch hier ist kein indikator perfekt aber das ist auf jeden fall der chart den ich mir jetzt anschaue jetzt ist aber die frage warum sollte ich mir das im genau anschauen was bringt mir das zu wissen dass der euro zum us dollar eventuell fallen könnte oder dass der us dollar an stärke gewinnt und dazu komme ich zu dem letzten chart und zwar zu einem korrelations chart sie sind hier erneut das verhältnis des euro zum us dollar hier normal als wort dargestellt und darunter sehen sie drei linien diese linien stellen die korrelation zwischen dem euro us dollar und gewisse märkte dach die erste linie ist die korrelation zwischen euro dollar zum aktienmarkt also zum s&p 500 in dem fall je höher diese linie desto höher diese korrelation desto mehr bewegen sich beide werte im einklang das bedeutet dass wenn der euro steigt der achselmarkt zuletzt auch gestiegen ist positive korrelation die korrelation liegt hier bei 0 73 so primal daumen der höchste wert wäre eins man sieht auch in der vergangenheit war es so war es nicht immer so dass es eine positive korrelation gab aber momentan ist diese korrelation positiv was bedeutet das das bedeutet dass wenn sich das bild hier ändert wenn der us dollar eventuell an also an wert gewinnen sollte im vergleich zum euro das heißt wenn dieser chart fällt könnte es auch bedeuten dass der aktienmarkt fallen könnte deswegen ist es wichtig jetzt diese sich dieses chart anzuschauen die zweite kurve da ist die korrelation eher ein bisschen niedriger wird trotzdem positiv 0,4 in dem fall ist die korrelation zwischen dem euro dollar und dem goldpreis also edelmetall in dem fall auch da sollte der us dollar an stärke gewinnen könnte sein dass es bärisch oder negativ für gold und auch übrigens für silber sein könnte und der letzte wert hier korrelation von 0,9 fast ist der anleihenmarkt hier gemessen am tlt der tlt ist ein etf der die 20 us staatsanleihen quasi widerspiegelt und auch hier korrelation extrem hoch das heißt wenn wir hier eine trennwende sehen stärker dollar schwächer euro könnte es bedeuten dass der anleihenmarkt auch fällt das heißt die zinsen steigen die kurse von den anleihen fallen und das wäre auch eventuell dann eine wichtige erkenntnis wenn man auch den anleihenmarkt treten möchte so also das waren die botschaften das sind all die elementen die ganzen mosaik steinchen die dazu führen dass man auf jeden fall jetzt vorsicht vorsichtiger sein sollte und ich glaube wenn sie jetzt zum beispiel überlegen wollen sie jetzt massiv in den achselnmarkt einsteigen oder nicht ich glaube dieser chart hilft definitiv da seine seine entscheidung quasi zu begrünen wenn sie auch in ihrem freundeskreis leute kennen die gerade überlegen massiv in den achselnmarkt einzusteigen oder nicht dann leiten sie gern dieses video an ihre freunde weiter vielleicht wird auch diese analyse ihnen helfen quasi die richtige entscheidung zu treffen genau die wenn sie diese ganzen charts gemocht haben wenn sie diese charts noch mal ganz in ruhe sich anschauen möchten ich schicke heute abend um 19.00 uhr meinen neuen newsletter und ich werde in meinem newsletter all diese charts noch mal separat da einbetten sodass sie dann im großformat das sich normal in ruhe anschauen der den link zur kostenlosen anwendung fände sie unten in der video beschreibung so das wäre der chart den ich mir anschauen würde thomas du bist momentan eher auf dem trip die volatilität anzuschauen zumindest hast du da eine ein schönes video gemacht zum thema implizite volatilität und wie man die historisch und historisch betrachten kann richtig ganz genau so ist es dazu kommen immer wieder fragen und deswegen haben wir das angeschaut also wir werden uns die implizite volatilität anschauen wir werden uns den iv rank anschauen und das iv percentile und wir werden schauen welche kennzahl am besten ist das alles im neuen video auf meinem kanal genau wird hier eingeblendet ja nicht verpassen wir wünschen ihnen viel erfolg ich hoffe das war hilfreich für 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 sie für ihre entscheidung für ihr trading viel erfolg für diese woche wir sehen uns nächste woche wieder ist alles gute tschüss